Zwei Chancen hat Ubisoft noch mit Arrogant. Zwei Chancen und das ist Clubhouse. Na, ich sag das. F-A-S-T jetzt nicht. Und damit hallo derseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Nachdem die letzten beiden Tage, die letzte Woche fast noch Bock mit dran war, muss das wohl so. Oh, bitte bei der Garage angreifen. Die armen Wände. Maverick, Termit und die Bader. Und EMP-Mann und Hammermann. Für jede Art von Wand ist was da. Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Bar, macht jemand zu. Bei der Bar sind sie. Aua. Ich glaub, das war Kapkan. Bin mir aber nicht sicher. Ja, Kapkan. Kapkan haben sie. Kapkan geht raus. Nee, Tachanka ist raus. Nee, Tachanka, ja. Hat gemerkt, oh, hab ja noch gar nicht meine... Okay, wir kennen alle. Fünf Sekunden. Meine Granaten zum Schleudern, da hat er das Spiel verlassen. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrten-Behälters. Ja, wir wollen ja nicht mal, nicht mal im Kack spawnen. Boah, haben wir überhaupt nicht getroffen. Ich hab, glaub ich, erst beim dritten Schuss getroffen und du... Ich hab's ein Bärfeuer gegeben. Wird schon fleißig geschossen, ey. Ah, schon kaputt. Wer war das denn? Okay, jetzt unten. Ich geh mal zur I-Banner. Im Keller, oder wie? Woher klopft jemand? I-Banner. Na. Na. Oh, oh. Vorsicht, Frau Cup-Karin. Da ist schon einer Rock-Guy vor dir. Der Hammermann übertreibt's etwas. Was, den betroffen, oder? Ich hab ihn zwar gesehen, aber getroffen hab ich ihn, glaub ich, nicht. Achso. Kein Blind. Splitter. Geh mal langsam vor. Bild hat es niemand. Da in der Ecke ist er. Kasten. Nehmen wir erstmal Cup-Karin. Cup-Karin hab ich. Hier ist Jäger vor uns. Hab ich auch. Okay. Das war ne Cup-Karin, einer ist weg. Hinter der Bar, glaub ich. Ja, war ein Bar. Komm, triff. Lass dich treffen. Ja, er bringt aber noch. Nein. Ja. Das war mein Glück. Ich hab ihn hinter dir, oder was. Ja. Das ist doch schlecht, Alter. Ich dachte, der Jäger bei uns, der wäre links irgendwie. Den hab ich kurz vorher markiert, bevor du umgebracht hast. Ja, aber da war er schon, da ich mir dann, ja, da hab ich, da wusste ich dann, wo er war. Na, ein Glück hab ich ihn markiert. Aber vorher kam Cup-Karin noch. Okay, du hast noch kein Ausgehörter, aufpassen. Ich weiß, ich überlege noch. Du bist dreck rot. Ey, Finger weg von Sau. Du musst ja die Gelegenheit nutzen, wenn er mal nicht spielt. Hätte du wegen mir gewechselt. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Nicht Garage, ich glaub, wieder ein Bar, da ist so viel Lärm von links. So braun. Da ist einer drin, aber nicht die... Ja, der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Abfall. Nein, nein, nein. Ich hab schon nicht Mira. Äh, äh. Alle markiert. Entschuldigung, ich hab nichts gesagt, haben nicht Mira. Das war Grafschroi mit ihrem komischen Hut auf dem Körper. Alibi-Hologramm hinterm Schönen. Ich wollte grad sagen, mein Spiel ist gefroren, aber der Ding, der, ähm... Hammermann hat sich ja nicht fortbewegt mit seiner Drohne. Fünf Sekunden. Hei, hei, hei. Kavkan ist dritt hau. Kavkan ist dritt hau. Oh ja, da gehen wir wieder zu dritt rein. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgutbehälters. Mann, scheiße. So weit vorgelaufen. Das ist ja eigentlich ein Wasserturm auf dem Dach. Wie kommen die hier hin ohne Leiter? Wie wär's, wenn einer von euch Jungs mal die Höhlen fallen lässt? Ja, die haben schon. Die, die Höhlen? Das ist ein Hologramm. Ein Hologramm kaputt. Einer von uns liegt am Boden. Hallo, Alibi. Oh, Alibi. Kein Kopfschuss. Alibi, halbe Energie, Strippraum. Alibi, halbe Energie, Strippraum. Er hat sich irgendwo hingeschossen. Kavkan tot. Naja, hier in dem anderen Raum. Liegt sie dran. Ich könnte die Drohne benutzen, wenn du irgendwie wohin stehen willst, wo du absichern willst. Ich bin tot oder so. Miene jetzt beim Haupteingang, Miene beim Haupteingang. Ja. Oh, hinten ist Strippraum, sie sind draußen. Achtung, Stripp. Puh, Schwein gehabt. Billard ist noch einer, einer ist noch Billard. Hockt immer noch an der Platte. Einer immer noch Billardplatte. Hockt hinter uns, Hocker, dass du denn... Billard war fest jetzt weg, geht womöglich ins Klo. Will ich nachrücken? Nee, warte mal noch. Na, kommt vorher, geh ja Focker raus. Nein. Oh, scheiße. Na, jetzt macht die Focker. Sitzt bei den provisorischen Tischen, Alibi. Wenn man in deinem Tresen ist, einer. Da ist doch ein Hologam gewesen. Scheiße. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ne, Maverick. Brenn dir ein Loch. Au, Kapkinder. Hatte noch einer angebracht, oder es war noch eine andere? Wohin, er hat da auch eine Clamer hingestellt. Ich dachte ja, das ist jetzt dabei, wenn du in deinem Clamer holst. Keller. Gucken, ob es jetzt wieder so laggt, wie beim letzten Mal im Keller. Lag. Lag. Also doch, natürlich. Le lag. Ich mache die Lukasche jetzt so. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Befahrgutbehälter gefunden. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Befahrgutbehälter lokalisiert. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Befahrgutbehälter lokalisiert. Die haben Hammermann und EMP-Mann. Mach gleich mit. Lass mir doch einen übrig. Ja toll, immer noch kein Kuchen bei der Weste. Dann stellt er sich hoffentlich in die Tür, damit keiner mehr reinkommt. Der Dicke noch ist er ja. Ibaner, äh hier, Keller, äh Küche, Küche-Luke. Keller-Luke. Keller-Luke. Gar nicht mal so verkehrt gewesen. Scheiß-Trick. Ja äußerst ein Schiss. Magazinwechsel. In dem kleinen Erdloch ist eine Kamera. Da ist auch einer drinnen. Serafina verletzt. Sein böses Auge ist offen. Ja, ich hatte eine Brust. Die Bahner sind bei dem Loch. Fetscher und die Bahner. Die kommen von da hinten. Meiner ist Küchen-Luke. Der Bio-Gefahrgut, den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgut behält, das Abhalten. Ah, ja. Boah, die trifft zum Glück nicht. Ich leide nach! Jetzt kommt die von so... Einer noch Erdloch. Erdloch einer. EMP fliegt rein. Scheiße. Schönen Gummien. Einer ist im Gang. Hocker bei mir. Geberping. Guckst du bis ins Auge, Serafina? Ja, ich bin in deinem Besorger hinter dir. Klar. Angeschossen im Erdloch. Ja. Habs. Nach Erdloch. Habs. Alter, siegt. Der hat mich jetzt ewig angeguckt, der Typ. Gummien sei Dank. Geschossen. Geworfen. Geschosswerft. Genau reingelaufen. Genau reingelaufen. Schlafzimmer, Geduldsraum. Ey, würdest du mich jetzt... Wieso, du hast doch Maestro. Ja, jetzt wollte ich die Reaktion nehmen. Musst dich schon entscheiden. Ja, ich dachte, du nimmst wieder Maestro denn. Hm. Jetzt hat er Maestro wieder. Du musst jetzt das Visier abschrauben, dann gewinnen wir. Wand sicher. Ein cooles böses Auge ist da hinten. Hm, was? Am gelben Ping ist eine coole Position. Meinst du? Ja. Also hoch komm ich gar nicht. Serafina gibt Räuberleiter. Räuber. Nächste Treppe, damit es auch passt. Nur noch für das hier gar nicht anbringen. Nicht? Okay. Ja, ich wäre Haupttor. Meistens am Bett. Alternativ wäre auch, wenn man im Gymnastikraum gucken wäre, am gelben Ping. Oder was auch nicht schlecht ist, hier sehe ich gerade. Hier gelbe Ping, da hast du Gymnastikraum und Gang im Blick. Soll ich Maestro spielen? Du musst mir wohl sagen, wohin. Vergesst nicht auszurichten, dass man die beiden Gänge sieht. Nicht runterrollen. Und schau nach. Termin haben sie. Im Gymnastikraum kommt einer an. Ah, ich sehe ihn. Aua! Durch die Matratze, Scheißdreck. Hä? Äh, Fenster immer noch raus. Hä? Ich komme nicht mal rein. Hä? Hier, Baustelle. Baustelle kommt eben an. No mit Baustelle. Ach. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Zu dritt. Gleich eingenommen. Ah, okay. Ja. Die Ping sind tacke, ey. Mission gescheitert. Die bleiben einfach dann zu lange und dann bist du wieder darauf fixiert. Was ist jetzt kacke? Die Pings. Ach so. Ich dachte, der wäre da noch hinterher im Bett. Das ist eine freie Aus... Ne, warum selbst jetzt nicht eine Sion? Hä? Das ist ja rummotzen. Ich habe freie Auswahl. Hauptsache rummotzen. Brügelt euch halt. Fert euch gern die Jacken. Bringt du erst mal einen Kuchen vorbei. Selbstester Mann. Der nächste Operator heißt Kuchen, Mann. Genau. Oh mein Gott. Passend für dich, wa? Ja. Ne, für dich, weil du ja nie welche machst. Was hört dich? Hm. Deck. So, ein Witz. Ich wechsle das Magazin. Ich mach mal dazu. Irgendwas. Wo hast du die Gegend? Ich werfe den Köder! Was hast du denn jetzt? Ach, Maestro. Hm. Nehmen wir noch. Hm. Eins hier. Neben dem Bereich. Damit man in den Raum gucken kann. Und die Treppe hoch. Es bleiben fünf Sekunden. Mann, ich habe selbst noch so viel zu tun. Standort des Bio-Gefahrgut behält das unbekannt. Kapital haben sie. Das andere... Hab ich jetzt keine bestimmte Position. Vielleicht hier am Eingang, dann kann man den ab... Genau da. Was machst du denn? Das ist schon die dritte oder vierte Drohne, ey. Die haben Nomad. Drohne Garage. Die haben doch bald keine Drohnen mehr. Drohne habe ich drin. Ash im gelben Ping in dem Raum. Na, er ist mal ein FP-Schoss auf die Verstärkung. Ja. Dachte ich mir auch gerade. Oh, guten Tag. Ich lade jetzt nach. So, Kompass, da ist gerade einer gestorben. Im Klo ist aber viel los. Oh, oh. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Nein. Scheiße. Bin verletzt. Aber bei mir kommt auch einer an. A Thermite. Nein, das war ich. Das war der Fetscher. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Beim Bildjahr hat man... Ich glaube, der wurde kurz vorher markiert. Ich glaube, der wurde kurz vorher markiert, bevor ich geworfen habe. Oder als ich gerade geworfen habe. Ich habe die da beide vermutet. Deswegen habe ich gehofft, dass C4 bringt die da in der Tür um. Was habe ich vorhin nochmal zu Esch gesagt? Vorhin auf Festung, als die in der Cafeteria mit dem Eschgeschoss auf den Spritzmann geschossen hat. Das war gerade eben auch nicht wirklich besser. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschatschüss.